Niemals ohne mein Netzwerk. Umgib dich mit Menschen, die da sind, wo du hin willst und die mit dir wachsen. Aber Tobi, wo finde ich die denn? Überall! Menschen, die du suchst, suchen zeitgleich jetzt auch dich. Besonders aber auf Seminaren. In Räumen, wo genau diese Menschen angezogen werden. Bei Social Media, bei Network-Events oder hier. Verbindet euch in den Kommentaren. Wo willst du hin und für welches Thema brennst du? Schreib es jetzt in die Kommentare und verbinde dich mit der positiven Community.